Hallihallo, ihr Lieben! Heute ist Sonntag. Heute ist sogar ein ganz besonderer Sonntag, denn heute ist Muttertag. Trotzdem machen wir keine Pause. Wie gewohnt wird um 17 Uhr wieder ein Star Stable Livestream. Auf dem ersten deutschen Server Winterstar starten. Treffpunkt wie immer, die Kuh in Moorland. Auf Hitbox ist natürlich Fabi wieder im Chat für euch da und leitet eure ganzen Anliegen an mich weiter. Und diesmal auch wieder mit Follower Tracker. Am Freitag bei Minecraft hat er schon funktioniert. Jetzt auch wieder bei Star Stable mit dabei. Und zusätzlich haben wir jetzt eine Playlist für den Stream in Spotify. Den Link zur Playlist findet ihr hier unter dem Video in der Beschreibung. Falls ihr euch sie mal anhören möchtet, könnt ihr das gerne tun. Also, ich freue mich auf euch und ich würde sagen bis 17 Uhr. Aber halt, stopp, da war doch noch was. Ich wollte euch nämlich heute mal abstimmen lassen, mit welchem Pferd ich denn trainieren soll. Zur Auswahl stehen mein Tinker Daydream. Oder eines meiner Quarter Horses, entweder Daisy Girl. Oder Blue Fire. Schreibt es mir einfach in die Kommentare und dann sehen wir uns aber dann nachher um 17 Uhr bei der Kuh in Moorland. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.